Schönen guten Tag, wir sind von der Band Frieda Gold und wir sind heute zu Gast bei Radio Regenbogen. Und wir haben gerade gehört, dass es von Radio Regenbogen eine exklusive App gibt, um eure Videos, die ihr dann von unseren Konzerten gemacht habt, hier hochzuladen. Also, ran, kommt zu unseren Konzerten, ladet euren Stuff hoch und lasst uns gute Momente zahlen. Wir freuen uns auf euch.